Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ja, ich habe heute eine ganz beeindruckende Dame zugeschaltet, aus Österreich, aus Wien. Sie ist eine Dame, die sich stark im Bereich des kalten Rotlichts auseinandergesetzt hat, eine Technologie entwickelt hat, die einen unglaublichen Preis jetzt gerade wieder gewonnen hat. Einen Preis, wo die Wirkungsweise bewiesen worden ist, wo zeigt, für was diese Technologie alles fähig ist. Und von ihr möchte ich heute natürlich ein bisschen mehr erfahren. Bleiben Sie dran, wir legen sofort los. Ja, und jetzt darf ich Ihnen die Dame auch vorstellen, es ist die Frau Brigitte Rumpold. Ganz herzlich willkommen, liebe Brigitte. Hallo Alexander. Auf diesem Weg herzliche Gratulation zu dieser Auszeichnung. Dazu muss ich aber sagen, dass das natürlich die Ärzte bekommen haben, die die Studie gemacht haben und nicht wir, aber es ist mit unserer Therapie. Ja, ja. Jetzt sag mir mal, was ist das für ein Preis jetzt gewesen? Es ging darum, dass man Schmerz einmal objektiv messen kann. Das ist ziemlich schwierig. Also Studien mit Schmerz zu machen, überhaupt Vergleichsstudien, sind ganz, ganz schwierig. Und die haben eine Methode gefunden, wie man Schmerz objektivieren kann und auch wirklich zeigen kann, signifikant zeigen kann, wie die Verbesserung dann eingetreten ist. Und für diese Methode, die sie da erfunden haben und für natürlich für das, was rausgekommen ist, nämlich, dass man eindeutig gesehen hat, wie stark sich das verbessert hat, hat die österreichische Schmerzgesellschaft diesen Ärzten und, ich sage einmal, ein bisschen Repuls den Preis gegeben. Klar. Da ist es natürlich irrsinnig gefreut drüber. Ja, weil dieser Weg von der Schmerzbehandlung von der einen Gruppe zur anderen Gruppe jeweils mit dieser Kaltlichttherapie stattgefunden hat. Genau. Und hier konnte man ganz krass, signifikant nachweisen, wie das wirkt. Da wurden beide Arme sozusagen in einen Kasten reingesteckt, der abgedeckt war. Also weder der Arzt noch der Patient noch der beobachtende Arzt hat gewusst, welcher Arm derjenige ist, der jetzt quasi in Behandlung ist und welcher ein Placebo hat, weil man kaltes Rotlicht nicht spürt. Ja. Und dann wurde das mit Hilfe von Thermometern und alle möglichen Methoden angewendet, um diesen Schmerz wirklich zu messen, wie er nachlässt. Also nicht nur die Aussage von Patienten, sondern wirklich messbar. Also ich finde es nur so bedauerlich. Jetzt wissen wir, dass es solche Wirknachweise gibt. Wir wissen, es gibt Technologien, die den Menschen sofort spürbar den Schmerz reduziert, ohne jetzt mit der chemischen Keule hier agieren zu müssen. Und trotzdem weiß es noch fast niemand. Hier scheint mir, dass die Österreicher einfach ein bisschen voraus sind. Ich glaube, auch eure Krankenkasse in Österreich ist ja heute auch schon bereit. Zum Teil nicht alle, aber zum Teil, wir kämpfen gerade darum, dass es generell so sein wird. Also drei von den, die haben sich ja zusammengeschlossen in Österreich. Und eigentlich müssen die laut Gesetz, müssen die alle gleich handeln. Aber es ist halt einmal nicht so. Und drei Kassen bezahlen es, die anderen machen ein bisschen Männchen. Also es ist noch ein bisschen wirrwarr, aber wir kriegen das hin. Das heisst also, der Kauf eines solches Gerätes oder auch die Miete eines solches Gerätes wird von der Kasse mitbezahlt? Genau. Also die Miete ist relativ, das geht relativ häufig. Beim Kauf wird es schon schwieriger, denn wird die Hälfte. Es gab schon Fälle, wo das Ganze bezahlt worden ist. Ja, das ist ja unfassbar. Und wie sieht es denn aus in Deutschland und in der Schweiz? Also in Deutschland haben wir jetzt gerade Kontakte aufgenommen mit jemandem. Du brauchst einfach wirklich jemanden, der dich da zu den richtigen Personen führt, weil sonst bist du ständig in der Schlange, in der Warteschlange. Und das haben wir jetzt gemacht. Und ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr auch da mal zumindest ein, zwei Kassen bekommen. Allerdings wird das nicht für den Schmerz sein, sondern für die Wundheilung bei diabetischen Wunden, diabetischen Ulzera, diese Themen. Also da wird es in diese Richtung gehen. Aber das wäre ja auch schon ein Anfang. Ja, also ihr habt auf der schulmedizinischen Studien gemacht, die von der Schulmedizin anerkannt wird, im Bereich einerseits von Schmerztherapien und auf der anderen Seite im Bereich der Wundregeneration, Wundheilung. Genau. Na, es geht eigentlich in zwei Richtungen, was wir gemacht haben. Wir haben angefangen mit Zellstudien. Da kommt ja dann auch der Dr. Dungel, der einer der führenden Frau-Bolzmann-Institut ist, der das für uns gemacht hat, wo wir mal zuerst nachgewiesen haben, welche Regeneration findet in der Zelle statt? Stattsteigerung von ATP, Zellatmung, Sauerstoffanreicherung, NO-Verbesserung. Also alle diese Dinge, die helfen, dass die Zelle sich schneller regeneriert. Und wenn man sagt, ist die Zelle gesund, ist der Mensch gesund, dann ist da natürlich schon mal ein großer Weg getan. Und wie wir dann gesehen haben, dass über die Zellregeneration wirklich viel passiert, sind wir dann weitergegangen in die klinischen Bereiche. Das ist ja dann eher der schwierige Teil, weil man muss natürlich mit Ethikkommissionen und all diesen Themen muss man natürlich die auseinandersetzen. Und da haben wir auch schon ziemlich einiges geschafft. Wir haben jetzt wieder zwei weitere Studien in der Medizinischen Universität Wien laufen. Und da geht es unter anderem auch zum Beispiel die Mama-Reduktion, also einfach die Brustverkleinerung, weil das sehr oft ein sehr schmerzhaftes Thema und vor allem mit der Keinbelastung ein großes Thema ist. Und da haben wir einiges dazu entwickelt. Also wir sind schon ganz schön am Vormarsch in eine Richtung, wo man sagen kann, die Schulmedizin kann uns nicht mehr wegdividieren. Das heißt also, man weiß heute, dass kaltes Rotlicht in einer speziellen Frequenz, da komme ich noch darauf dazu, in der Lage ist, innerhalb der Zelle die Mitochondrien dazu anzutreiben, mehr ATP zu produzieren und demzufolge von innen nach außen den Selbstheilungsprozess zu beschleunigen. Also wir sind bei uns, es sind eigentlich zwei, fast drei, und die dritte Säule, weil ich euch dann extra gerne, es sind zwei große Säulen. Das eine ist einmal die Zellregeneration. Und wir sagen immer, wir gehen vom gesunden Gewebe ins Kranke. Also auch die Bestrahlungsmethode geht nicht primär auf den Herz, sondern wir schauen, dass wir vom gesunden Gewebe ins Kranke hineinkommen. Und das Zweite, und das ist eigentlich das ganz Wichtige, ist die antientzündlichen Effekte. Da gibt es wirklich große, auch publizierte, große Studien dazu, die auch publiziert worden sind. Und da konnte man sehr gut sehen, dass diese, wie soll ich das sagen, dass man einfach die Entzündung stoppen kann. Auch wenn man jetzt einfach Tumore nimmt. Die liegen meistens in entzündlichen Geweben. Ich darf es eigentlich gar nicht laut sagen, weil das sind so Themen, die du eigentlich nicht sagen dürftest. Ich mache es aber trotzdem. Wir haben schon sehr, sehr oft gehört, dass auch Tumore dann leichter zu behandeln waren, weil die Entzündung drumherum besser geworden ist. Und dann war auch der Tumor leichter zu attackieren, sozusagen. Also diese chronischen, entzündlichen Erkrankungen, die ja in ganz vielen Bereichen uns langfristig Probleme machen. Also ich will auch zum Beispiel jetzt mal darauf eingehen, wie du weißt, was für ein Problem ist im Mund. Und diese chronischen Parodontitis-Geschichten, die tragen ja absolut zur Alterung bei, wenn man die nicht behandelt. Und bei ganz vielen Leuten ist das einfach ein chronischer Datenbestand, um den sich kaum jemand kümmert. Das kann man mit dem Licht wunderbar behandeln, weil es geht komplett durch den Kiefer durch, es geht durch die Zunge durch. Also wir kommen richtig, das haben wir gemessen, da gibt es auch Studien dazu. Dann sieht man, wie tief das Licht eindringt und natürlich hier die Entzündungen, die Zündungsherde im Mund, was ganz wichtig ist, ganz super behandeln kann. Das wäre jetzt gerade eine gute Idee. Du hast doch sicher ein Gerät herumliegen. Ja, natürlich, das ist immer ein Gerät. Könntest du das mal durch die Backe scheinen lassen, dass wir sehen, wie stark das durch die... Ich hoffe, man sieht es jetzt von hier. Jetzt? Oh, wow, wow. Genau. Okay. Kann man so... Ja, ja, es geht am einen Ort rein und am anderen Backe wieder raus, also fast sieht man es. Ja, also wir haben eine Untersuchung gemacht, da hat eine Mitarbeiterin eine Kamera geschluckt, da ging es um die Entzündungen bei Sängern, Stimmlippenentzündungen oder Stimmlippenermüdungen. Da war sicher die Frau Gertraude Berka-Schmied involviert, die Professorin. Genau. Super. Und da hat man genau gesehen, wie die Kamera dann drin war, wir haben von außen bestrahlt, man hat wirklich gesehen, wie das Licht von außen, also hier rein, da raus. Und das ist natürlich für Sänger und für alle Leute, die viel sprechen müssen, ist das eine fantastische Geschichte. Also da, die Wirkungen sind ziemlich rasch. Okay. Dann blieb es nicht besser glücklich, wenn ich an den jungen Kaufmann gerade rankehbe, weil der hat ja gerade wieder das Problem. Aber das ist eben ziemlich schwierig, dass man da rankommt. Also... Das sind so die Entzündungen, die überall sich bilden, ja. Aber man arbeitet also mit kaltem Rotlicht immer über das Milieu von außen. Genau. Und geht dann immer, und das Milieu selber geht dann mit der Zeit, wird die Energieübertragung in den Kerner geführt. Genau. Das ist eine sanfte Methode. Jetzt sagt mir nochmal schnell, dass wir da jetzt nicht verwirrt sind, kaltes Rotlicht ist jetzt nicht irgendwo eine Infrarotlampe und auch nicht eine Glühbirne, die mit rotem Licht versehen ist. Also kaltes Rotlicht ist der Bereich zwischen UV und Infrarot. Das ist ein sehr, sehr schmaler Bereich, nur den wir als Farbe wahrnehmen. Das ist dieses sichtbare Licht. Manche kennen es, wenn die Sonne zum Beispiel in eine Benzinkütze scheint, dann spiegelt sich alle Farben wieder. Und diese sichtbaren Farben oder Lichtfrequenzen haben keine Temperatur. Und noch ganz schmal drinnen ist das Rotlicht. Das ist in unserem Fall 632 Nanometer, das absolut untoxisch Reparaturmechanismen in Gang setzt. Und das ist eigentlich das Wichtige. Sobald ich ins UV gehe, habe ich immer Nebenwirkungen. Und deswegen ist das eine vollkommen nebenwirkungsfreie Therapie, die, wenn man es genau nimmt, wenn ich jetzt nicht auf alle Zulassungen schauen würde, von Baby bis zum 100-Jährigen wirklich eine Hausapotheke darstellen kann. Aber es ist ja auch kein Laser. Es ist also nicht ein kohärenter Strahl. Das sind, ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann, das sind LEDs, Hochleistungs-LEDs, die mit 175 Millivatt, und das ist schon wirklich ein starker Laser, kann man sagen, der aber nicht so im Feinen ins Gewebe reingeht, sondern eine sehr breite, also wir haben auf dieser Fläche, haben wir ungefähr, also 175 mal 4 mal 7, also rund 1200 Millivatt Leistung bekommen wir nachher. Das ist schon wirklich was. Und das geht dann sehr tief, und zwar kegelförmig geht das ins Gewebe hinein, das konnte man sich auch genau anschauen, und erreicht tiefliegende Strukturen. Also wirklich dort, wo Entzündungen auch tiefliegend sind, können wir hier die erreichen. Das hat man schon gesehen bei Knochenmark-Ödemen zum Beispiel. Da kommt es normalerweise ganz schwer nur hin. Und der Vorteil ist halt, dass das auch für Private zugelassen ist, weil es eben keine Nebenwirkungen hat, und dadurch auch wirklich gut nach Einschulung zu Hause zu verwenden ist. Ja, ich habe es in der Schweiz schon bei einigen Krankenhäusern gesehen, in St. Gallen, glaube ich, ist es ja auch. Also das ist eine Technologie, mit der arbeiten jetzt schon Ärzte, aber es ist zugelassen auch für Privatpersonen. Genau. Ich frage mich, das ist ja eigentlich auch präventiv eine tolle Idee, oder? Also was wäre, wenn man zum Beispiel irgendwann mal so eine Rotlichtdusche hätte, wo man täglich eine halbe Stunde darunter steht und den ganzen Organismus eigentlich nur das stärkt? Ist das eine falsche Idee, oder ist das eine zukünftige denkbare Option? Angehend gibt es das sogar schon. In Amerika gibt es da durchaus eine Firma, die sowas schon macht. Allerdings nicht mit diesen Intensitäten. Das ist jetzt wirklich gedacht, dass du wirklich ganz tiefgehend an bestimmten Stellen reingehst. Wenn du den ganzen Körper da übernimmst, dann würdest du, glaube ich, den Organismus ein bisschen überfordern. Ah, okay, gut. Vielleicht da noch, da kann ich gleich das eine anbringen, was mir eigentlich auch immer wichtig ist. Die Hormese wird ja immer mehr ein Begriff in der Medizin. Das ist die Möglichkeit. Also ich finde das ziemlich spannend, dass man mit einem niedrig dosierten Stress das zelluläre Abwehrsystem aktiviert. Das machst du zum Beispiel mit mäßigem Sport. Das machst du mit Ernährung. Also zum Beispiel, wenn jemand Intervallfasten macht, dann kriegt er einen niederschwelligen Reiz, der dann das Abwehrsystem verbessert. Und man weiß ja, wenn man fastet, kann man sehr gut gewisse Mangelzustände ausgleichen. Und das haben wir hier auch. Und der Punkt ist, und das haben wir sogar im Boltzmann-Institut gemessen, wenn der Reiz zu groß ist, dann ist es auch wieder nicht gut. Und diesen ganzen Körper da zu behandeln, das muss schon sehr genau ausgediftet sein. Also ich will da jetzt über die Methoden, wie die das in Amerika machen, gar nicht wirklich was sagen. Ich kann nur sagen, wie sich es für uns darstellt. Wir haben die hohe Intensität für einen kleineren Bereich und für den großen Bereich müsste man die Intensität runterfahren. Gut, und jetzt kommt ja noch der Königs- oder der Richterschlag. Ihr habt es ja auch geschafft, die Medizid-Zulassung für dieses Produkt zu bekommen. Ja. Also ich will ja nicht wissen, wie viel Geld da reingeflossen ist, bis ihr diese Zulassung habt. Das ist ja ein Never-Ending-Story, oder? Na, das geht gerade wieder los. Das geht gerade wieder los, weil wir ein neues Gerät entwickeln, das ist fast unpackbar. Und das sagen uns auch diejenigen, wir können das gar nicht alleine, da brauchst du die entsprechenden Berater dazu. Und die sagen, dass ganz viele Firmen leider aufgehen müssen, weil diese Kosten für diese klinischen Studien, für die Beratung, für die Zulassung selber, also wenn wir nicht so früh angefangen hätten, wir könnten das auch nicht mehr schaffen. Was natürlich ein Wahnsinn ist, weil es gibt tolle Geräte, die das verdienen würden, dass sie am Markt entsprechende Zulassung haben. Wir wissen, wovon wir reden. Ja, 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 wenn wir nur das Stichwort Tesla erwähnen. Das ist ja fast unmöglich. Ja, ich bin ein großer Tesla-Fan. Ich habe selber zwei zu Hause. Ich liebe die Synergie, dass ich verwende beide Geräte. Aber das ist Wahnsinn. Also wenn man das neu anfangen muss, gerade jetzt zum Beispiel gab es wieder einen bestimmten Vorfall, wo ein Beatmungsgerät für Asthmatiker oder für CPD-Leute hat im Schlauch, ist der Schaumgummi hat sich aufgelöst und ist in die Lunge gekommen. Dann gab es ganz schwere Vorfälle. Eine sehr, sehr, sehr bekannte Firma, da etwas passiert ist. Oh ja. Und jetzt wird es wieder strenger. Weißt du, es ist jedes Mal, wenn irgendwo was nicht funktioniert, kriegen das alle sofort wieder. Hat ja auch seine Vorteile letztendlich, irgendwo durchaus Schaden lernen zu dürfen. Aber letztendlich können es sich ja dann nur noch wenige leisten. Das ist das Problem. Und vieles Gutes bleibt liegen oder verschwindet in der Schublade, oder? Und das ist dann auch traurig. Aber ihr habt es geschafft. Immerhin, Gratulation. Das freut mich auch sehr. Jetzt erzählen wir aber nochmals schnell, für was für Indikationen wäre das alles sonst noch denkbar? Also auch bei Rheuma zum Beispiel? Oder bei allem Form von Schmerzen? Rheuma ist etwas, was wir sehr regelmäßig behandeln. Wir sind auch in der österreichischen Rheuma-Liga. Arbeiten mit denen zusammen. Rheuma ist ein Gebiet, das ein bisschen länger dauert in der Behandlung, klarerweise. Weil das fängt sehr schmerzhaft an. Da muss man mit ganz geringen Dosierungen starten. Das machen eben unsere Krankenschwestern, die betreuen alle Rheumakranken, die schon ganz schön viel sind, betreuen da super mit. Aber du kannst rechnen, dass du nach ungefähr drei Monaten einen Großteil der Medikamente weglassen kannst. Wow. Aber man muss die Geduld dann schon haben. Man muss das wirklich dann jeden Tag machen. Aber die meisten sind so satt von den Medikamenten, dass sie das eigentlich sehr gerne tun. Gut. Also alle Formen von Schmerzen, hast du gesagt, von den Zahnschmerzen, Knieschmerzen, rheumatischen Beschwerden, alles lässt sich gut behandeln. Und Wundregeneration, also Wundheilungsprozesse, lassen sich beschleunigen. Vor allem im Bereich Diabetes. Das funktioniert so unglaublich gut. Überhaupt alles, was offene, entzündliche Stellen sind. Jetzt hast du vorhin noch gesagt. Aber ich muss kurz mal dazu sagen, weil ich weiß, dass das viele interessiert. Das habe ich selber bei mir ganz toll hingekriegt. Und zwar die Gesichter, die Kuberosa. Das ist allein viele Frauen ganz luchbar drunter. Das sind diese roten Bäckchen gekriegt. Und das wird dann mit der Zeit immer ärger. Das habe ich ganz toll mit grünen Tee und mit Aloe Vera unter Bestrahlung vollkommen weggekriegt. Wow, bravo. Also das ist, wie gesagt, ich liebe die Synergien. Ich hole mir immer überall das her, wo ich glaube, das könnte gut zusammen funktionieren. Unter anderem natürlich ein großer Fan von Zoolit, Professor Hecht, ein Wahnsinn. Gell? Der ist auch eingeschlagen wie eine Bombe, was er da sagt. Ich verschicke das ohne Ende. Ja, super. Aber das sind die Tee, das gehört alles zusammen. Ja, ja, ja. Das gehört alles zusammen. Ich mag das gar nicht, wenn ich mir nur sage, jemand sagt, nur meins, nur meins, nur meins. Ich habe schon 50 Sendungen vorbereitet für 2022 mit Professor Hecht zu Silizium, um das Wissen einfach zu dokumentieren, was er da hat und es ist einfach brillant. Aber nochmals zurück, ihr habt ja ein medizinzugelassenes Produkt und jetzt kommt das zu den Privatpersonen. Ich weiss nur, bei Medizinprodukten braucht es auch eine eingehende Einschulung als Pflicht. Ich kann nicht einfach ein Medizinprodukt kaufen ohne Einschulung. Wie läuft das bei euch ab? Nein, nein. Wir haben also wirklich, gerade was Einschulungen betrifft, erstens haben wir eine kostenlose Online-Sprechstunde mit der Dr. Schmitz, die du auch kennst. Die jeden Mittwoch, also da kann man bei uns kostenlos anrufen, wenn man ein Problem hat. Vielleicht ganz kurz, Entschuldigung, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie hier immer ständig ein Klopfen hören. Es hat leider gerade angefangen. Wir haben eine Baustelle draussen und das ist halt eine Live-Sendung. Ich kann es nicht ändern. Die Handwerker sind da. Entschuldigung, bleiben Sie. Sie sind aber dran. Gut, Entschuldigung, Priete. Einfach weiter. Ja, ich wollte gerade sagen, diese Online-Sprechstunde mit der Frau Dr. Schmitz, wo ich mich auch erkundigen kann, ist das was für mich? Hier würde mir das helfen. Dann haben wir unsere Krankenschwestern, die konsequent jemanden, der ein Gerät kauft oder mietet, betreuen, solange bis der wirklich seinen Effekt hat. Ja. Und meistens ist es ja so, es kauft oder mietet sich jemand ein Gerät, dann kommt Oma, Opa, Tante, Onkel und werden dann alles sozusagen mitbetreut, solange bis dann wirklich die Familie sagt, so, das behalten wir jetzt. Super, wunderbar. Du hast vorhin das Wort Miete genannt. Ist es auch möglich, ein Gerät mal zu mieten, zu testen und schauen, wie mein Körper darauf regiert, bevor man die Katze im Sack kauft? Ist auch der übliche Weg. Die meisten kaufen es zuerst und dann werden sie ihn betreut und dann sehen sie, was tut es für mich, hilft es mir wirklich. Also den Katze im Sack braucht bei uns gar niemand kaufen, also das, nein, das gibt sie, weil das Gerät ist ja auch nicht billig, das muss man schon dazu sagen, aber es ist einfach so, dass die Miete dann angerechnet wird und die Betreuung bleibt auch nach der Miete erhalten. Also es ist nicht so, wenn das vorbei ist, dass wir die nicht mehr weiter betreuen. Wir haben jetzt mal ausgerechnet, das muss ich dir jetzt auch mal sagen, wir haben inzwischen 5000 Behandlungen täglich durch die Krankenhäuser, Reha-Zentren und so weiter. Dadurch gibt es natürlich eine Behandlungs-, eine Erfahrungsgrundlage, die ist fantastisch. Und dadurch kriegen wir so viel Feedback, wie man was besser noch machen kann und so. Also ich glaube, da haben wir, ja, das ist gut. Also ich staune schon, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Wie viele Jahre war das? Wie viele Jahre habt ihr daran gearbeitet, um so weit zu kommen? Naja, ich habe den Professor Thoris, der das erfunden hat, vor 13 Jahren kennengelernt. Wir haben dann gemeinsam sofort, nachdem er mir erzählt hat, wie das Gerät funktioniert, habe ich sofort gesagt, den Weg gehe ich mit. Ich weiß genau, was da, ich habe schon lange mit Licht gearbeitet, ich habe genau gewusst, was das für eine enorme Heilwirkung hat. Und um vielleicht um Nikola Tesla zu zitieren, wenn man die Geheimnisse der Welt erforschen will, dann muss man in Frequenzen, in Schwingungen und in Energie denken. Das genau ist, es ist pure Energie, es ist Frequenz, es ist heilende Schwingung und das wissenschaftlich abgesichert. Jetzt noch die Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Arzt bin, bei einem Therapeuten bin, kann ich schon davon ausgehen, dass er die Technologie kennt und bei mir anwendet oder muss ich ihn explizit darauf ansprechen? Wie siehst du das? Also in Österreich kennen es schon sehr viele, weil es sind doch ein paar hundert Ärzte. In Deutschland ist es wesentlich weniger, da haben wir zwei Kliniken, das ist die Sylter Kinderklinik, die das für die Kinder einsetzt und eine Hautklinik. Es sind in erster Linie in Deutschland eigentlich private, die das gehört haben über irgendwen, über QS24, die zu uns gekommen sind und wir bauen jetzt gerade ein Apotheken-Netzwerk. auf, dass der Patient wirklich über die Apotheke die optimale Betreuung bekommt. Da wird immer einer abgestellt, der von der Apotheke, der geschult ist und die Betreuung wird wieder von uns übernommen. Super. Das heißt, die Frau Selter war ja bei euch, jetzt heißt sie Selter, damals ist sie noch Frau Kalme, inzwischen hat sie geheiratet, die leitet das Ganze in Berlin und da wollen wir jetzt sozusagen über die Apotheken Beten uns ausbreiten. Schon verrückt, gell? Zuerst die Medizin zulassen, hervorragendes Produkt machen, die ganze Bürokratie und am Schluss muss man sich noch um Vertrieb kümmern, damit diese Technologie irgendwie zu den Kliniken und Ärzten kommt. Das ist ja wieder ein eigener Vertrieb. Privatleute anzusprechen ist wieder ganz was anderes, aber ich finde, dass ihr über die Kliniken und Ärzte geht, spricht für euch, für einen nicht einfachen Weg, für den sehr viel schwierigeren Weg, aber dafür hat es auch eine ganz andere Seriosität dahinter. Ja, aber das war die einzige Möglichkeit, diesen schweren Weg von Anfang an zu machen, weil ich wollte unbedingt, dass das bei den Ärzten anerkannt ist. Und Licht und Frequenzen, und das muss man einfach sagen, das ist was Anerkanntes, das ist kein Hokus-Pokus, das ist nichts Esoterisches in dem Sinne und ich sehe das als Brücke zur Schulmedizin. Und diese Brücke muss man halt irgendwie wirklich seriös gehen, dann kann man die Schulmediziner auch reinholen. Klar. Wenn der Zuschauer jetzt noch weitere Informationen haben möchte, einfach sich gemütlich von zu Hause aus alles noch nachlesen will, informieren will, über das Rotlicht, über Schwingung, Frequenzen, die Energie darin und, und, und. Gibt es da eine Plattform, wo du empfehlen könntest, was ich euch lesen kann? Ja, es ist unsere Homepage, aber wir haben eine App, die man sich kostenlos runterladen kann, wo extrem viele Informationen drauf sind. Also erstens, wie man behandelt, was man behandelt, es sind viele kleine Videos drauf, also es ist was von Kurs24 drauf. Und, also mit dieser App kann man sich ganz viele Informationen holen. Einfach Redpuls-App, Google Play Store, aber noch ein zweiter, holt man sich kostenlos und dann kriegt man die Info oder bei uns auf der Seite. Und bei euch auf der Seite sind da auch die ganzen Studien, die schon fertig sind, und veröffentlicht, sind auch vorhanden. Ja, und da ist eine eigene Rubrik, wo die Studien drinnen sind. Es ist ein eigenes Filmprojekt drinnen, wo eine Ärztin genau erklärt, wie man richtig behandelt. Es sind Referenzen drinnen. Ja, also es ist, glaube ich, vieles, um hier entsprechende Informationen sich zu holen. Jetzt ist ja Kurs24 auch eine Plattform für sehr viele Ärzte und Therapeuten, die sich da hier auch immer wieder ein bisschen weiterbilden. Also auch diese Kollegen und diese Experten, diese Ärzte, wären bei euch alle auch gut aufgehoben, sich zu beraten, wenn sie einfach mal anrufen. Also Ärzte, bei den Ärzten läuft das bei uns zu, und auch bei den Krankenhäusern. Die kriegen das Gerät vier Wochen kostenlos zur Testung, werden in dieser Zeit betreut und eingeschult und dann, wenn sie nach vier Wochen können, sich entscheiden, ob sie das machen wollen, liessen wollen, was auch immer. Und wenn jetzt ein Patient sich zum ersten Mal beim Arzt behandelt, also der Arzt behandelt jetzt den Patient einmalig an seinem Knie, nutzt jetzt die Gunst der Stunde, weil er ja vier Wochen das Gerät testen kann und der Patient wird jeden Tag für 30 Minuten behandelt, siebenmal, kann dann der Patient schon ein Ergebnis sagen gegenüber seinem Arzt und kann der Arzt das erkennen? Einmal? Nein, siebenmal hätte ich jetzt gedacht. Sieben behandelt? Ja, es kommt darauf an, wie akut das ist. Ja. Wenn etwas akut ist, geht es ganz schnell. Wenn ich mich gerade verletzt habe, solche Themen, oder was auch schnell funktioniert, interessanterweise, sind so Themen, wie wenn ich habe Schmerzen, ich habe, ich sage das jetzt einfach von mir selber, ich habe regelmäßig meine Leberbehandlung und hier und da mal zwickt es mich da einfach, weil ich vielleicht wieder mal gesündigt habe. Ja. Das Respiratol im Rotwein war zu gut. Und dann, man bestrahlt, das merkst du, also das ist ein Wohlbefinden ganz schnell. Super. Also da muss man einfach sagen, wenn etwas chronisch langwierig ist, dann dauert es auch ein bisschen länger. Aber ich würde wirklich sagen, im Schnitt weiß einer nach drei, vier Wochen, wenn er das Gerät gemietet hat, was kann es für meine Patienten tun, was kann es für mich tun und so weiter. Also das reicht eigentlich immer. Super. Und bei akuten Schmerzen, grossen Schmerzen, wird der Patient sehr schnell auch merken, dass es besser wird. Genau. Dann ist es ja eigentlich wirklich mal einfach einen Versuch wert und zu sagen, hey, ich hoffe, es nützt auch bei mir oder in unserem Fall und dann schaut man weiter. Super. Liebe Brigitte, also nochmals meine Hochachtung für den Erfolg, den du... Ich habe meine Nase mal hoch oben. Ja, wegen dem Licht, also nur für die Zuschauer. Das Licht ist da oben, dann sehe ich sie besser, wenn sie die Nase hoch... Super. Nein, nein, lass das jetzt. Wir kommen in die Verabschiedung rein. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und nochmals, ich bin sehr stolz auf dich, wirklich, was du geleistet hast. Danke. Hier auf die Beine gebracht, das ist wirklich hochwertig und ein schwieriger Weg gewesen mit viel Erfolg. Also herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank und auch danke für eure Unterstützung. Sehr gerne, danke. Und auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben es gehört, kaltes Rotlicht hat das Potenzial, ganz, ganz schnell Schmerzen zu lindern, Regenerationen zu steigern und zu fördern und das Angebot an Therapeuten und Ärzte haben wir auch gerade gehört. Also ich kann nur dazu appellieren, es mal zu testen, zu versuchen und zu schauen, ob Ihre Patienten zu Hause ebenfalls so schnell darauf reagieren und Sie sich ein eigenes Bild darüber machen können, was Studien ganz eindrücklich bewiesen haben. Sind Sie doch kritisch, lesen Sie die Studien, schauen Sie sich die Ergebnisse an, machen Sie sich ein Bild darüber. Das war es für heute, danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen und auf Wiedersehen.